Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Männer und Weiber, liebe Freunde und Menschen, die eine bessere Welt sein wollen, so wie Gandhi das immer gesagt hat. Sei selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Wir sind heute wieder bei Projekte für eine bessere Welt mit einem neuen Gast, den ich gleich zu Anfang mal vorstellen möchte, das ist die Brigitte Hartmann, schön, dass du hier bist. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du nicht nur die Zeit, sondern auch den Mut hast, das ist ja auch immer so eine Sache, ins Fernsehen zu gehen, das ist nicht so ein alltägliches Geschehen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass du vielleicht ein bisschen aufgeregt bist oder geht's? Es geht, aber natürlich ist Aufwendung da. Natürlich, klar. Zuallererst, damit wir mal mitkriegen, was für eine Strahlung du hast, da ich ja auch der Entwickler der Wortkraftschwierungssoftware bin, die Selbstheilungssoftware, geben wir jetzt einfach mal deinen Namen auch in die Software ein und ermitteln dann gleich deine Farbe und deinen Ton. Soll ich, oder wollen wir dein Projekt eingeben? Das wäre ja auch eine Idee, weil deine Farbe kennst du vielleicht schon? Meine Farbe müsste eigentlich lila sein, ja. Ja? Ja. Dann gebe ich das mal ein. Ja. Brigitte Hartmann, wie Hart und Mann, hast du gestern ja auch betont. Und dann, okay, da sehen wir dann auf der Software, hier oben rechts ist 179, das ist deine Frequenz, das ist der Ton. Hier unten stehen noch Worte, das sieht man da auf dem Bildschirm auch, da stehen noch Worte wie Authentizität, habe ich Brigitte, Brigitte auch richtig geschrieben? Mit zwei T. Ja, mit zwei T, Brigitte. Ja. Ja. Authentizität, dann steht da auch Hüftschmerz, Dietmar Dithus Elbel, ein fantastischer Mathematiker, ein persönlicher Freund von mir, Entschleunigung, Entschleunigung ist nur Zufall, da weißt du wahrscheinlich selber mehr noch über den Zufall, da wirst du uns gleich noch von erzählen. Ja. Kannst du das sehen, steht da dann, als Frage. Putzen räumen, muss man vielleicht auch viel, wenn man solche Projekte aufbaut mit den Schmetterlingen und dem Gewächshaus, ja. In jeder Form. Und Schweigen ist Gold und Virtuosität. Und Aussehen tut die Farbe so und der Ton hört sich so an, das hören jetzt auch die Zuschauer. Ja, das ist deine wunderbare Namensfarbe. Schön. So tickst du, so strahlst du. Ich sage ja auch immer, ich bin, wie ich heiße. Und die Komplementärfrequenz, das sind dann, kann man hier auch auswählen, die komplementär schwingenden Worte dazu. Da steht dann, Bären, Tierchen, Bauchschmerz, das Himmelreich, Entsprechen, ich bin gewiss, ich bin wie ich bin, ich liebe Jesus. Weiß ich, stimmt das? Ja, absolut. Das ist ja schön. Ich trinke Tee. Ja. Kehle Gottes, Klangtherapie, Lauf der Zeit und so weiter und so fort. Da gibt es auch Peter Garialf sogar, der Wellengenetiker. Also stehen wunderbare Dinge drin. Wassermann, Schwerelos und so weiter. Schön. Offenes Herz. Ich glaube, das habe ich schon, ja. Das hast du. Und Aussehen tut das, das ist nämlich die andere Seite deiner Medaille sozusagen, die Schattenseite. Da, wo du dir die Reharmonisierung holst, das ist dann die Farbe und der Ton. Das ist auch eine Lieblingsfarbe von mir. Sehr schön. Gut, dann haben wir einen Eindruck bekommen zu dir, wer sich über diese Software erkundigen will, noch weiter, diese Selbstheilungssoftware von mir entwickelt und über die letzten zehn Jahre habe ich das erforscht. Ich kann natürlich auf meine Internetseite wortkraftschwingung.net gehen. Wird jetzt nicht eingeblendet, aber es wird unter dem Video, was ja auch drei bis fünf Tage später dann wieder im Internet erscheint, da kannst du dir das auch dann runterladen, liebe Brigitte. Ich habe nur kurz die Parameter für den Anfang mal geklärt, dass die Zuschauer auch wissen und du auch weißt, wie das alles zusammenhängt. Also dein Herzensprojekt ist ja, jetzt kommen wir genau auf den Punkt, nämlich, sind die Schmetterlinge, ja? Jawohl. Und das hat wahrscheinlich, ich meine, man kann sich da vielleicht noch nicht so viel darunter vorstellen, wenn man damit noch nichts zu tun hatte. Schmetterlinge kennen wir aus dem Alltag, wenn wir auf der Wiese im Sommer sind und dann flattert die da so wild rum und man kann denen gar keine Flugbahn richtig abgewinnen, weil ein Schmetterling immer so frei ist, dass er sich plötzlich umentscheidet und woanders hinfliegt. Auch in seiner Entwicklung ist er ja schon ein ganz sonderbares Lebewesen, wenn er sich erst aus einer Puppe, da hat die Wissenschaft ja versucht rauszufinden, wann ist denn der Moment, wo aus dieser galatartigen Masse tatsächlich eine Struktur wird. Ein Schmetterling. Ich meine, nach meinen Erkenntnissen haben sie das nicht schaffen können, egal wie oft sie die aufgeschnitten haben. Richtig. Es muss so etwas wie eine Transformation oder Transmutation aus einem Stoff einen ganz anderen Stoff machen, nämlich ein Lebewesen, was so wunderschön dann ist, wie du es uns gleich beschreiben wirst, in einem Moment. Ja, dieses Schmetterlinge, erstens mal. Wie ist es bei dir angefangen? Also genau. Erstens mal, ich freue mich ganz arg, dass wir so etwas leben dürfen, ohne dass wir das wo abgeschaut haben oder uns ausgedacht haben. Ich sage immer in meinen schnellen Worten, Gott hat uns das geschenkt und geschickt und er hat mir es hingehalten. Ich habe es angenommen und wir versuchen es zusammen als Familie zu leben. Wir dürfen ganz viele, ganz tolle Erfahrungen machen. Die Schmetterlinge haben unser Leben komplett auf den Kopf gestellt. Wie lange ist das jetzt? Machen Sie jetzt. Wir haben sechs Jahre zuvor nur drei bis vier Monate im Sommer gehabt. Ja. Zuerst Blumen, dann Schmetterling, dann wieder Blumen, weil wir ja eine Gärtnerei waren. Und die Schmetterlinge haben aber ihren eigenen Plan mitgebracht. Die wollten nicht zweites Standbein sein, sondern die wollten Hauptattraktion sein. Und so haben wir vor zwei Jahren die Blumen ganz aufgegeben und leben nur noch Schmetterlinge. Wie gesagt, sie haben unser Leben komplett verändert. Sie haben unsere Freunde ausgetauscht, unsere gedachten Freunde, manche Geschäftspartner etc. Und wir durften lernen, wie wertvoll die ganzen neuen menschlichen Beziehungen geworden sind, die dann neu in unser Leben kamen. Das Schmetterling steht ja für die Metamorphose, für die Verwandlung. Und wie gesagt, bei uns hat sich alles komplett gewandelt. Ja. Also das heißt, ich muss man sich das vorstellen, ihr habt also ein Gewächshaus? Ja, wir haben Gewächshäuser gehabt, weil wir seit Schwiegereltern hatten 30 Jahre Gärtnerei, mein Mann und ich 36 Jahre. Und aus diesem Gewächshaus haben wir jetzt ein kleines tropisches Paradies gemacht. Wir haben feste Böden angelegt, wir haben Beete angelegt. In den Beeten sind Pflanzen, wie es eigentlich in Südamerika und so gibt. Palmen und Bambus, verschiedene Geschichten, Wasserfall. Und da drin sind Terrarien, wo man ein paar Reptilien auch haben. Denn nicht die ganze Familie liebt nur Schmetterlinge, sondern es gibt einen Mann oder Buben, die auch mal ganz gerne Lego haben oder eine Riesenschütze. Also ihr seid ein Familienunternehmen, aber nicht im Sinne, weil ihr unbedingt ein Business führen wollt, sondern weil ihr das liebt. Ja? Ja, die Tiere sind alle, da bin ich ganz, ganz stolz drauf, die Tiere sind alle von sich aus zu uns gekommen. Die Tiere, die Reptilien sind Tiere, die andere Menschen abgegeben haben, weil sie keinen Platz mehr haben. Wir haben sie aufgenommen, wir versuchen ihnen eine Heimat zu geben. Und die leben wir auch in Südamerika zum Beispiel zusammen Schmetterlinge und Leguan oder Echsen. Ja? Und die Schmetterlinge, die bekommen wir alle zwei Wochen in Form von Puppen. Ja. Dann kommen die in die Puppenstation aufgehängt. In die Puppenstube sozusagen. In die Puppenstube, weil der Schmetterling braucht ja den freien Fall, wenn er schlüpfen möchte. Ja. Und es ist ganz spannend für unsere Besucher, tatsächlich mal einem Schmetterling zuzuschauen, wie er schlüpft. Und wir haben auch ein paar Futterpflanzen für die Schmetterlinge. Das heißt, die Schmetterlingsmama muss ihr Ei an ihrer Pflanze ablegen können. Aus diesem Ei schlüpft die Raupe, die sich an dieser Pflanze groß und satt frisst und dann in die Puppe geht und dann kommt wieder ein neuer Schmetterling. So können wir in unserem Haus zeigen, wie Schmetterlingsleben entsteht. Vom Ei über die Raupe, über die Puppe zum fertigen Schmetterling. Ja. Das geht nicht alleine bei uns, weil in der Zeit, wo uns eine Generation entsteht, sterben uns drei Generationen. Ja. Unsere ganze Schmetterling leben nur zwischen ein und vier Wochen, auch in ihrer normalen, freien Natur. Ja. Und darum müssen wir immer Schmetterlinge nachkaufen. Okay, verstehe. Ihr wart auch schon mal im Fernsehen, im Bayerischen Rundfunk. Ja, die haben uns entdeckt und haben das ganz spannend und toll gefunden, denn wir sind im Allgäu die einzigste Anlaufstelle für Schmetterlinge und es ist doch ein ganz schönes... Zuerst war es für uns nur als Freizeit-Angebot für die Urlauber und für die Heimischen gedacht, aber es ist ganz viel mehr draus geworden. Ja. Wir haben mittlerweile sehr viele Einrichtungen mit behinderten Menschen, die kommen und es ist wunderschön, wenn man dann sieht, dass sich ein Schmetterling unaufgefordert auf solchen Menschen sitzt, die im Rollstuhl sitzen, die sich kaum bewegen können und dann sieht man, wie die Tränen fließen, weil die Menschen sehr berührt sind und auch bei Kindern und auch bei Erwachsenen. Ich finde es ganz, ganz toll, die Schmetterlinge haben auch gespürt dafür, wo sie mehr hingehen müssen oder wo sie ein bisschen weniger hingehen. So ein bisschen wie unser Hund Joey. Manchmal sagen wir schon Therapiehund zu ihm, weil wenn er auf unseren Seminaren, wo er diesen WKS-Basiswochenende immer mit dabei ist, dann geht er immer zu denjenigen, die es besonders brauchen. Das ist reine Liebe. Und oft sind es Leute, die Angst vor Hunden haben und dann anschließend nicht mehr. So ist es. Wir haben auch ab und zu Kinder, die kommen als Schulklasse oder mit den Eltern und dann kann schon mal ein zehnjähriges Mädel dastehen und sagen, da gehe ich nicht rein. Und dann nehme ich sie in den Arm und sage, komm ganz langsam, wir versuchen es vom Rand aus und, und, und und. Und dann hat Beschützer. Das heißt, die spüren schon die Energie? Ja. Was da, wow. Ja, ja. Und dann, ja, und ganz oft ist es so, dass ich dann helfe, ein Schmetterling auf die Hand zu nehmen und wenn sie dann das fühlen, wie sich das anfühlt, am Schluss gehen sie und sagen, boah, ich war mutig. Ich habe ein Schmetterling auf der Hand gehabt. Ja. So ein bisschen Parallele empfinde ich dabei ja auch zu diesen Sachen, wo, wo man mit Orca-Walen oder mit, mit, mit Delfinen auch arbeitet, auch therapeutisch ja mittlerweile, ja. Ist das, kann man das in so eine Richtung auch direkt einordnen? Ja, das kann man absolut. Mein enttäuschtes Erlebnis war, wir hatten eine Besucherin mit ungefähr einem elf-, zwölfjährigen Jungen. Die habe ich rauslassen ins Schmetterlingshaus und nach einer halben, dreiviertel Stunde denke ich mir, von denen hörst du nichts und siehst nichts. Da bin ich rausgegangen und dann ist die Mutter dort gesessen und da sind die Tränen runtergelaufen. Die hat wirklich geweint. Und dann sage ich, ja, was ist denn passiert? Und dann sagt sie, ich habe meinen Jungen noch nie so entspannt, entschleunigt und ruhig gesehen. Sie muss ihm zu Hause mit dem Essen nachlaufen, weil er keine Minute sitzen bleibt. Und er war die Ruhe selbst. Drei, vier Tage später wollte ich gerade wegfahren und dann kam genau diese Frau mit ihrem Jungen wieder. Und dann sage ich, hoi, Wiederholungstäter, sagen wir immer, wenn die Leute wiederkommen. Und dann sagt sie, ja, sie fahren heute nach Hause und ihr Junge hat gesagt, du darfst dir heute einen Wunsch erfüllen. Was möchtest du noch? Dann hat er gesagt, ich möchte nur zu meinen Schmetterlingen. Ja, das sind diese Erlebnisse. Also ich kenne, ich habe, als wir telefoniert haben, das erste Mal oder beim zweiten Mal war es, glaube ich, da hast du mir auch erzählt, dass, also ich habe da was wahrgenommen. Ich sage es genau so, wie es bei mir war. Du kannst es dann so erklären, wie es wirklich war. Ich habe das wahrgenommen, als würde ich eine Erinnerung haben an den Film Avatar, wo da diese leuchtenden, die sehen so ein bisschen aus wie diese von einer Pustelblume, die einzelnen Samenträger. Ja. Aber die waren ja lebendig. Das war so ein bisschen so ein Synonym auf unsere Schmetterlingswelt, hatte ich den Eindruck. Ja. Ist das, kann man das so sehen? Du kennst den Film Avatar? Ich kenne ihn. Ich habe ihn, glaube ich, sechs, sieben Mal angeschaut. Ja, gut. Sicher. Ich auch wahrscheinlich. Ja, genau. Also kann man das, aber da sieht man ja einmal, weil der Protagonist da, der Hauptmensch, so rein ist eigentlich, so unbedarft. Und das heißt ja nicht unbedingt, dass er gut ist, aber er ist eben rein, so rein, dass dort auf einmal sich diese ganzen Wesenheiten auf ihn raufgesetzt haben. Und er gar nicht damit wusste, umzugehen. Hat auch einen erstmal weggescheucht. Was ist das? Wir haben ganz viele Menschen und ganz besonders Kinder, wo ich immer sage, die haben eine besondere Energie oder eine höhere Energie. Bei denen sitzen zehn, zwanzig Schmetterlinge überall, auf dem Körper, auf den Haaren. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und dann haben wir wieder Menschen, die möchten gerne ein Schmetterling auf der Hand haben. Und die sind sicher auch ganz liebe Menschen und alles. Aber du schaffst es nicht, ihnen ein Schmetterling nahezubringen. Irgendwo ist da noch eine Blockade oder was, wo der Schmetterling einfach wahrnimmt. Und selbst wenn du ihn einen hast und hingibst, der fliegt sofort weg, der berührt den Menschen noch nicht mal. Da denke ich mir auch, es ist eine Messlatte, diese Energie der Schmetterling für die Menschen auch. Und mich freut es ganz arg, wenn Leute kommen und sagen, wir gehen mal schnell zu den Schmetterlingen. Dann kommen sie nach drei Stunden wieder zurück und schauen auf die Uhr und sagen, was, waren wir jetzt so lange da? Und da sehe ich, diese Energie der Schmetterlinge lässt die Leute zurückfahren, runterfahren. Und ich sage einfach immer, das ist Wellness für die Seele und zwar für jeden Mann, Frau, Kind, Jung, Alt, die machen was, die Schmetterlinge. Schmetterlinge, Wellness für die Seele. Das ist ja auch die Überschrift, die auch unten mal eingeblendet wird, auch wenn du sprichst. Da ist die Internetseite, wird auch mal eingeblendet hier unter www.schmetterling-erlebniswelt.de. Jawohl. So, jetzt habt ihr ja aber ein Anliegen. Ihr habt ja ein großes Anliegen. Ich gucke mal gleich, dass ich den Ausschnitt vielleicht zumindest von dem Film, der im Bayerischen Rundfunk auch ausgestrahlt wurde, dass ich den gleich mal starte vom Computer aus, dass wir da mal einen Eindruck kriegen, wie das schon mal medial aufgearbeitet wurde. Und danach müsstest du mir dann erzählen, und vor allen Dingen nicht nur mir, sondern vor allen Dingen den Zuschauern erzählen, was ihr denn für Bedarf eigentlich habt. Aber da macht ihr ja, meine ich, oder das machen wir jetzt. Was habt ihr für einen Bedarf, weil sonst musstest du es im Hinterkopf behalten und dann kriegst du keine Ruhe. Machen wir das mal live, so wie es jetzt hier ist. Nein, es ist so, anfangs wollten wir ja nur Kunden generieren durch die Schmetterlingsausstellung für die Gärtnerei. Das hat ja nicht funktioniert. Und als wir uns entschieden haben, die Schmetterlinge zu leben und den Menschen hier einen Ort zu geben, um zur Ruhe zu kommen, um zu entspannen, um einfach nah an den Tieren zu sein und das auch wieder zu verstehen, haben wir festgestellt, dass es unheimlich schwierig ist, das finanziell selbst zu stemmen. Und nur über die Eintrittsgelder schaffen wir das alles nicht, was da so drum und dran hängt. Ich möchte aber das Haus nicht aufgeben, denn es hat so viel Potenzial für die Menschen insgesamt. Und mir war das ja nicht bewusst, ich durfte 2012 mit einer Biologin nach Costa Rica fliegen und wir haben Züchter aufgesucht. Den Züchtern ist sehr, sehr wichtig, dass so Häuser erhalten bleiben in Europa, denn da davon leben die Menschen. Und dass wir möglichst viel und oft Puppen kaufen, das ist eine richtige Einkommensquelle für das Leben der Menschen dort. Und die züchten damit, die leben damit und was für mich wirklich ganz ausschlaggebend war, ist, dass ich gesehen habe, dass manche dieser Schmetterlingszüchter in der Holzindustrie beschäftigt waren, gemerkt haben, dass es kein Gutes ist, so viel Regenwald abzuholzen. Die kaufen heute mit dem Geld, was sie auf die Seite legen können, wieder Land dazu und forschen Regenwald wieder auf. Und das ist ganz, ganz wichtig, auch die haben das Problem, nur noch weniger als 30 Prozent Regenwald zu haben und dass die Schmetterlingsarten aussterben. Jeder Schmetterling hat nur ein bis fünf Futterpflanzen stellenweise und wenn halt die Futterpflanzen nicht da sind, sterben auch die Arten aus. Und wenn Regenwald nicht mehr funktioniert, haben auch die Menschen in Europa sehr große Probleme. Und jeder, der zu uns kommt oder in ein anderes Schmetterlingshaus, sich Schmetterlinge anschaut, finde ich ganz toll, ist ein kleines Rat, in dem großen Räderwerk doch gesamt in der Welt was tun zu können. Und da möchte ich mitwirken und wir kaufen auch unseren Kaffee, den wir anbieten, kaufen wir von den kleinen Bauern aus Costa Rica, Bolivien und aus Kolumbien, aus Fertrethandel, Bio. Also das war meine Erkenntnis, als ich da drüben war, was wir tun können als kleine Firma, um doch ein kleines Stück für eine wenig bessere Welt zu sorgen. Ja, und das ist genau, auf diese kleinen Wegstücke kommt es ja an. Wir müssen die alle da gehen, wo wir sie gehen können, direkt wo wir gerade sind, womit wir uns beschäftigen. Und das ist ja wunderbar, dass du das erzählt hast nochmal, dass da wirklich dieser Naturkreislauf auch, und da merkt man auch, dass die, also ich merke das gerade, ich denke den Zuschauern jetzt ähnlich, da merkt man auch, dass die Bewusstseinsebene, die mit den Schmetterlingen da einhergeht, wie der Kreislauf ist und dass sich dann die Menschen tatsächlich da, wie du gerade erzählt hast, plötzlich um sich bekehren. Sie drehen sich um, sie holzen nicht mehr Regenwald ab, weil sie damit ihr Geld verdienen müssen, sondern sie sorgen dafür, dass der Regenwald kommt, weil sie mit Schmetterlingen in Berührung gekommen sind. Und so dreht sich auf einmal alles um, da läuft die Welt auf einmal richtig rum wieder. Richtig, ja. Und das Gleiche, was die in Südamerika bemerkt haben, ist ja auch bei uns wichtig. Auch unsere heimischen Schmetterlinge haben Probleme durch die Futterpflanzen. Es gibt die Bauerngärten nicht mehr, es gibt nicht mehr die großen Gemüsegärten, die es früher gab. Und die Gärten wurden natürlich Zeit sparen, jeder muss viel arbeiten und will ein bisschen Freizeit haben, so angelegt, dass einfach unsere heimischen auch Schwierigkeiten haben. Und wenn ich im Schmetterlingsgarten stehe und Führung mache und erkläre, oder auch mein Mann, und wir können die Leute wieder sensibilisieren, was sie in ihrem eigenen kleinen Reich tun können, und wenn es bloß ein Brennnessel hinten im Eck ist, wo man stehen lässt und nicht aufräumt, oder wenn man neue Pflanzen pflanzt, einfach denken, was für Pflanzen helfen unseren Schmetterlingen, die auch oft nicht so pflegebedürftig sind. Also das sind auch alles so Informationen, die kriegt man bei euch dann, auch auf der Internetseite, und auch wenn man euch besucht, also man kann auch durchaus hier Werbung machen dafür, dass man euch mit der ganzen Familie besuchen kann und in diese ehemalige Gärtnerei, jetzt, wie nennt ihr das, das ist einfach Schmetterlingswelt, oder? Das ist jetzt die Schmetterlingswelt, ja. Das ist ja wunderbar. Trotzdem habt ihr, möchte ich noch kurz darauf kommen, ihr habt ein paar Bedarfe, wie du schon gesagt hast, das kostet alles natürlich Geld. Ihr habt Heizung, ja, also das ist ein Gewächshaus, das ist wahrscheinlich, wie man sich ein Gewächshaus aus Glas und Heizkosten sind hoch, ja? Ja, natürlich, wir brauchen Heizkosten, die exotischen Schmetterlinge, die wir nur haben, die brauchen natürlich zwischen 20, 30 Grad Wärme. Im Sommer geht es, da gleicht es sich ein bisschen aus, aber der Winter ist einfach schon kostspielig. Wir brauchen auch Strom für die ganzen Terri, wo die Echsen und so weiter drinnen sind, und wir sollten ein bisschen die Dächer sanieren und so weiter. Und wir haben noch ganz tolle Projekte im Kopf, die wir gerne in unserer Schmetterlingswelt verwirklichen wollen. Es sind auch Projekte für eine bessere Welt, für die Menschen, für die Tiere. Und um das stemmen zu können und für die nächsten Generationen weiterzugeben, das wäre mir eben ein ganz großes Anliegen. Und wenn es Menschen gibt, die nicht Schmetterlingen, was bedeuten, die uns da ein bisschen unterstützen wollen, die sagen, okay, das ist es wert, würde ich mich eben ganz arg freuen, wenn ich die Sachen schneller voranbringen würde. Ja, genau. Und wie sich das Crowdfunding-Projekt nachher gestaltet, also wie viel ihr dann wirklich braucht. Das kann man vielleicht aus dem Moment heraus sowieso gar nicht sagen, weil das sind ja auch laufende Kosten, die sich verändern. Ich sage mal, wenn es ein milder Winter wird oder wenn es ein ganz kalter Winter wird, ist schon wieder alles anders. Dann hast du erzählt, wie viele Leute pro Jahr euch bislang besucht haben und dass es eine stetige Steigerung ist. Jawohl. Also jetzt in diesem Jahr waren es jetzt, glaube ich, schon... Knapp 17.000 Besuche. Und davor das Jahr 12, hast du gesagt? Waren es 12.500 Besuche. Oder vor sechs. Genau, ja. Das ist also eine kontinuierliche Steigerung. Es hat sich kontinuierlich gesteigert. Unser Problem ist einfach nur, dass durch die ganze normale Werbung, die man kennt, die Leute uns immer sehr langsam wahrgenommen haben. Aber mittlerweile haben wir immer mehr Besucher, wenn die über uns erzählen. Das bringt uns mehr Besucher. Irgendwann wird es auch komplett alleine wirtschaftlich sein. Aber der Weg dorthin ist noch ein ganzes Stück. Und wie gesagt, ich bin keine 20. Ich kann nicht 50 Jahre warten. Und ich möchte eben meine ganzen Ideen, die für eine bessere Welt stehen und für Menschen, die sich dort wohlfühlen können, Kraft und Energie tanken können, bei den Schmetterlingen und im ganzen Umfeld. Ja, das möchte ich einfach noch auf die Beine stellen. Super, super. Also ich finde es ganz große Klasse. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten. Ich werde, denke ich, vor dem Abschluss einfach das laufen lassen. Und lass mich so lange laufen, bis sozusagen der Out-Trailer kommt. Ich würde gerne von dir noch zwei Beispiele erreichen. Eins hast du vorhin schon genannt. Was für Menschen haben da, die mit Krankheit oder mit Sorgen oder mit Depressionen oder irgendwas, vielleicht ein, zwei Beispiele ganz kurz nur angerissen? Also ich habe schon mehrere Menschen gehabt, vorwiegend natürlich Damen, aber ich habe auch schon mit Herrn gesprochen. Die kommen, die sind am Boden zerstört. Also einen hatte ich ganz speziell am Boden zerstört. Die Frau weg, die Kinder weg. Das ganze Umfeld, arbeitstechnisch, finanziell. Und der war dann in so einem Kolbingheim mit einer seiner Töchter im Urlaub. Und ich habe ihn vorbeilaufen, an unserem Schmetterlingshaus vorbeikommen, kam rein, läuft mir in den Weg. Und dann sagt er zu mir, glauben Sie an Wunder? Da sage ich, ja. Dann hat er gesagt, ich kam rein, ganz zerstört, bin da draußen gesessen. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, wenn es wieder gut werden soll, dann muss ich jetzt, soll sich ein Schmetterling auf meine Hand setzen. Er hat es nur nicht ausgedacht, dann war der Schmetterling da. Ich kriege gerade noch Gänsehaut und diesen Mann habe ich jetzt zwei Jahre begleitet. Und ich habe ihm viel erzählt aus meinem Leben, wie die Schmetterlinge mein Leben verändert haben. Und ihm geht es heute total gut. Wir sind immer noch in Verbindung. Er hat wieder Familie, er hat Arbeit, er hat wieder Zukunft. Also vielen Dank für das Beispiel nochmal, bevor wir den Beitrag jetzt noch die letzte Minute gleich laufen lassen. Danke, dass du mich und die Zuschauer und unsere Freunde, ich nenne ja die Zuschauer auch gerne Freunde, ihr seid ja auch die Freunde für eine bessere Welt, sonst würdet ihr diese Sendung nicht gucken, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, das alles zu präsentieren. Dass ich glaube, das gehört in die Öffentlichkeit, das muss verbreitet werden. Vielen Dank, dass du hier bist und ich wünsche dir, dass viele Leute sich auf die E-Mail-Adresse von dir, beziehungsweise auf die Internetadresse melden und dich kontaktieren. Und man kann sich auch melden, wenn man dir direkt helfen will. Aber man muss nicht erst auf das Crowdfunding-Projekt an sich warten. Jetzt lasse ich nochmal die letzten 30 Sekunden diesen Film laufen. Vielen Dank, dass du hier warst. Danke an die Zuschauer auch. Danke, dass ich hier sein durfte. Es ist vor allem eine sehr spannende Welt, in der wir sind. Da sieht man zum Beispiel, wie kleine Schwalbenschwänze entstehen. Das ist ein Pärchen von Schwalbenschwänzen, Schmetterlingsart. Und da gibt es dann irgendwann die Eier. Da sieht man jetzt schon hier so ein schwarzes Ei. Sehen Sie das? Da wird dann irgendwann eine Raupe raus. Hier so eine Raupe. Und die wächst und wächst und die frisst und frisst. Und die Frau Hartmann ist die gute Seele von der Schmetterling-Erlebniswelt hier im Fronten. Wie lange fressen die sich denn hier durch ihre Bäumchen? Die müssen drei Wochen fressen, damit sie dann drei Wochen in die Puppe gehen können. Und nach drei Wochen schlüpft wieder das Schmetterling. Und da kommt dann zum Beispiel so was Schönes raus? Da kommt so ein Schwalbenschwanz raus, ja. Ein wunderschöner Schwalbenschwanz ist das. Wie ist denn das für Sie? Das ist ja schon ein Wunder, wenn man sagt, aus so einem kleinen Ei entsteht dann so was Schönes? Ja, natürlich ist das ein Wunder, was die Natur da vollbringt, ja. Ist das auch der Grund, warum Sie Schmetterlinge hier halten? Die Schmetterlinge sind zu uns gekommen. Und ich habe gesehen, dass das eine paradiesische, tolle Welt ist. Und ich lebe sie gerne und bin dankbar, so was leben zu dürfen. Insgesamt sind es 35 verschiedene Arten von Schmetterlingen, die hier rumschwirren. Die kommen aus Asien, die kommen aus Südamerika. Die haben hier wirklich ein Zuhause gefunden. Ubuntu 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 Grau von DTV Jacob YouTube Ubuntu Ubuntu